Die Bischofswerder Waldbühne bleibt in diesem Jahr verwaist. 2020 finden hier keine Karl-Mai-Spiele statt. Uwe Hähnchen als Vorsitzender der Spielgemeinschaft, Gojko Mittitsch, hat diese Entscheidung gemeinsam mit dem Vorstand des Vereins und in Abstimmung mit den Mitwirkenden getroffen. Er erklärt dazu unter anderem, wir sind 120 Mitstreiter im Alter von 3 bis 81 Jahren. Die Gefahr einer Erkrankung ist zu groß. Eine Infizierung im Zusammenhang mit unseren Karl-Mai-Spielen ist nicht zu verantworten. Doch auch das finanzielle Wagnis könne der Verein nicht auf sich nehmen. Die aktuell höchstzulässige Zuschauerzahl würde die Kosten der Inszenierung nicht decken. In den vergangenen 27 Jahren fanden die Karl-Mai-Spiele ohne Unterbrechung in jedem Jahr statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017